Hallo und herzlich willkommen zu einem speziellen, einem Special, sagen wir es mal so. Es geht um Pinky Street Figuren, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich werde natürlich nochmal, äh, Pinky Street müsste jetzt eingeblendet sein und natürlich von wem, ähm, diese Hauptfigur, über die ich gerade rede, also nicht die rechte, sondern die in der Mitte stehende Figur, aus welchem Manga und bla 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 sie ist, müsste jetzt auch eingeblendet sein. Ähm, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, äh, Pinky Street sind abnehmbare Einzelteile, also Figuren aus abnehmbaren Einzelteilen, so. Wie ihr oben gesehen habt, äh, die Haare kann man in zwei Parts rausnehmen. Sie kommen mit unterschiedlichen Gesichtern, die ihr natürlich auswechseln könnt, wie ihr lustig seid. Manchmal, in welchen Kostümen könnt ihr, wie das Blau hier oben, abnehmen oder, äh, eine Schleife dran machen oder was weiß ich. Es ist halt, ähm, praktisch gesehen, äh, Fußparts, dann könnt ihr einen Rock anziehen oder eine Hose und dann noch ein T-Shirt. Ihr könnt ihnen auch was in die Hand drücken, was gerade nicht so da unten ist. Da ist ein Loch. Da tut ihr einfach, ähm, wenn sie mit der Tasche kommen, die Tasche dran. Traurig, leider Gottes, ist, dass sie nicht mehr hergestellt werden. Ähm, ein paar Basic Packs, Pinky Street Figuren, hatte ich ja schon gesagt, sie sind aus, ähm, Plastik, wurden von Baby Sue Designs und herausgegeben von Ben's Projects. Allerdings, wie gesagt, jetzt leider nicht mehr. Wie ihr hier auch sehen könnt, Einzelteile oben Kopf rein, ähm, es gibt auch Winterschuhe, Sommerschuhe, Sommerbekleidung. Hier werde ich, äh, das im Übrigen ist auch wieder von dem einen Manga, den ich gerade wieder einblende, wie ich mich kenne. Die Schuhe sind nicht von ihr richtig, sondern es sind andere Schuhe. Man kann natürlich auch solche Limited, denn sie gehört eher zu den limitierten Auslagen, natürlich auswechselnd. Wie ihr sehen könnt, äh, sie ist mein kleiner Liebling. Warum auch immer. Nein, ich mag sie wirklich sehr gerne. Ich musste nur das Gesicht austauschen. Und die anderen Schuhe geben. Äh, ich finde es sehr, sehr schade, dass es sie nicht mehr gibt. Also, ähm, sie haben sich wirklich immer was einfallen lassen. Für natürlich nicht nur Manga-Figuren oder aus, äh, Anime-Charaktere, sondern auch generell einfach Figuren ausgedacht. Aber dann ja leider Gottes nichts mehr. Wie ihr sehen könnt, äh, meine limitierte Ausgabe, die man immer noch bei Ebay oder Amazon oder sonst irgendwas kriegen kann, kam mit ganz vielen, äh, Karten. Umfassenden, umfassenden Karten. Nicht nur in Pinkie-Street-Form, sondern auch, wie ihr gerade eben gemerkt habt, in normaler Form. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Pinkie-Street-Dom. Äh, ja. Das sind die Pinkie-Street-Figuren-Umzeichnungen. Finde ich sehr süß gemacht. Bin ich auch heilfroh, dass sie damit kamen. Ich hab zwei limitierte. Einfach nur, weil die zwei mir ja am besten gefallen haben. Aber, äh, ihr könnt euch gerne mal umsehen. Sie werden halt nicht mehr hergestellt. Deswegen sind sie teurer wie damals. Also, ähm, als ich sie angefangen hab zu sammeln, gab's die halt, äh, neu. Und da waren sie noch nicht ganz so teuer wie heute. Das hier ist ein kleines Heftchen. Schlagen wir mal auf. Ja, ja, ja. Ist egal, wie rum. Na. Hier seht ihr, äh, Möglichkeiten, wie ihr mit denen umgehen könnt. Dass ihr sie halt gestalten könnt, wie ihr das wollt. Und natürlich auch, äh, waren da Abkürze für die ganzen Packs. Denn jede Pack kommt mit Park-K, also P, K, 0, 0, was weiß ich. Hier nochmal ein paar Bilder, äh, ja. Es wird beschriftet. Wer Japanisch lesen kann, ist klar ein Vorteil bei solchen Heftchen. Ist ja logisch. Nochmal ein paar Umzeichnungen, die ich unglaublich süß finde. Und natürlich kurze Fun-Stories. Hier ist mein Pack, was alles dazu kam, wie man sie umgestalten kann und so weiter und so fort. Das wird dann, äh, nicht immer beschrieben. Also, es kommt nicht jeder mit sowas, sondern, äh, nur limitierte Ausgaben. Ich hoffe, das Pinky-Street-Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.